Wir haben viel zu erklären und wollen euch gerne lehren, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job. Am Schreibtisch sitz ich, Stund um Stund, ich lese Bücher, korrigiere, schreibe mir die Finger bunt, nur für euch. Ich arbeite selbst in der Nacht, ich kann nicht schlafen und sinieren, hab ich heut genug gemacht, nur für euch. Opfere ich meine Zeit, bin nie fertig, stets diensbereit, nur für euch. Opfere ich meine Zeit, meine Zeit, das alles für euch. Wir haben viel zu erklären und wollen euch gerne lehren, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job. Da im Stadtbild sich viel Papierbücher, Schulhefte, Hausaufgaben, alles sammle ich bei mir, nur für euch. Kopiere 50.000 Blatt, die Bildungskäne, Notenlisten, was man als Lehrer so hat, nur für euch. Opfere ich mein Zuhause, Schweiß für Bücher, mein Sofa raus, nur für euch. Opfere ich mein Zuhause, mein Zuhause, das alles für euch. Wir haben viel zu erklären und wollen euch gerne belehren, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job. Im Studium war ich hochmotiviert, jetzt mal das hab ich fantasiert. Mein Unterricht wär ins Spielort so. Glücklicher Schüler, mein gerechter Lohn. Ich wäre Vorbild, Mutter, Kuh, meine Tante, beste Freundin, Zufluch. Seelenverwandte spielend hätt ich jedes Ziel erreicht, doch in echt ist es leider nicht so leicht. Wir haben viel zu erklären und wollen euch gern belehren, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job. Wir haben viel zu erklären und wollen euch gern belehren, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job, doch ihr fragt uns, was soll das? Das ist halt unser Job. Das ist halt unser Job. Vielen Dank.